Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen in dieser Folge. Kennt ihr Menschen, die behaupten, Regelschmerzen seien nicht normal, hätten einen Krankheitswert? Ich glaube, in diesem Video werden diese Menschen eines Besseren belehrt. Viel Spaß dabei! Regelschmerzen, Menstruationsbeschwerden oder auch medizinisch korrekt Dysmenorrhoe wird ein und dasselbe bezeichnet, nämlich die Schmerzen bei der Periode. Und wir möchten heute in diesem Video kurz beleuchten, ob das Ganze physiologisch ist, also medizinisch normal, dass dort Schmerzen herrschen, oder ob das gar nicht sein dürfte, ob jeder Zyklus, der irgendwie Schmerzen verursacht, doch einen Krankheitswert hat. Und ihr wisst, die Medizin liebt Definitionen und ich liebe auch Definitionen, denn es macht Dinge so ein bisschen einfacher manchmal. Und hier müssen wir wirklich die zwei Definitionen jetzt lernen, denn das eine ist vom anderen abzugrenzen. Wir sprechen nämlich heute über die primäre Dysmenorrhoe. Also, man kann sich das so vorstellen, ich hatte diese Schmerzen als Frau eigentlich schon immer. Mit fast der ersten Periode, meistens ist es nicht die erste, sondern danach die folgenden, bis heute oder auch bis zu den Wechseljahren. Also, ich habe das irgendwie schon immer gehabt und es hat keinen organischen anderen Grund. Davon abzugrenzen sind nämlich Begrifflichkeiten und auch Krankheitsbilder wie die Endometriose, wie Myome, wie Polypen, wie Fehlbildung an der Gebärmutter zum Beispiel. Das würde man als sekundäre Dysmenorrhoe bezeichnen, weil es einen organischen Grund dafür gibt. Und wer mich kennt, meine Kanäle kennt, weiß, ich liebe es. Und vor allen Dingen ist es auch wichtig, über so Krankheitsbilder wie die Endometriose zu sprechen, wie auch über Myome zu sprechen. Ihr findet hier und auch bei Instagram enorm viel Input dazu. Aber schweren Herzens muss ich die heute in die Klammer packen und ein bisschen zur Seite schieben, denn wir wollen ja gucken, ist die primäre Dysmenorrhoe normal oder eben nicht. Ja, bevor wir das noch beleuchten können, noch ein kleiner Aspekt. Wichtiges Basiswissen ist der weibliche Zyklus. Ich muss ungefähr verstanden haben, was passiert hormonell, was passiert mit meiner Schleimhaut in der Gebärmutter im Laufe meines Zyklus, um überhaupt verstehen zu können, was ich gleich erkläre. Ihr könnt mal hier oben in diesem Video schauen. Da erkläre ich nämlich den weiblichen Zyklus im Detail mit allem drum und dran. Und dann könnt ihr, glaube ich, besser verstehen, was ich euch da gleich erzählen werde. Wenn ihr schon Basiswissen habt, dann könnt ihr jetzt einfach weitergucken. Grobfassung, zyklisch wird vor allen Dingen in der ersten Zyklusphase Schleimhaut aufgebaut. Die zweite Zyklusphase mit diesem Gelbkörperhormon, dem Progesteron, ist vor allen Dingen wichtig, diese aufgebaute Schleimhaut schön umzuwandeln. Ihr könnt euch vorstellen, als ob die Decke aufgeschüttelt wird. Es wird also ein wirklich schönes Nest gebaut für eine mögliche Schwangerschaft. Sollte in dieser zweiten Zyklushälfte es eben nicht zu einer Befruchtung kommen, dann sagt dieses Gelbkörperhormon, was jetzt ganz oben ist und schön alles vorbereitet hat, ja gut, dann nicht, dann beim nächsten Mal und dieses Hormon wird abrutschen. Es wird abrutschen, weil der Gelbkörper, der ja aus dem gesprungenen Follikel entstanden ist, wo die Eizelle rausgegangen ist, der wird seine Arbeit einstellen, weil er eben kein Feedback bekommt, kein hormonelles Feedback von der Schwangerschaft. Die würde nämlich sagen, hier weiter bitte Gelbkörperhormon produzieren, es geht weiter. Tut er aber nicht, im Falle, dass es nicht zur Befruchtung kommt, also wird der eingehen. Wie eine welke Pflanze, so kann man sich das vorstellen und vernarben. Dadurch kommt eben auch das Progesteron zu einem Absturz. Und dieser Progesteronabsturz, der ist jetzt wichtig. Denn der Progesteronabsturz führt durch eine Kaskade dazu, dass Prostaclandine überschießend freigesetzt werden. Denn Prostaclandine sind Entzündungsmediatoren, sind Schmerzmediatoren. Also es ist ein lokales Hormon für die Schmerzvermittlung. Wenn du zum Beispiel Kopfschmerzen hast oder auch Fieber hast oder auch eine Entzündung hast, dann spielen diese Prostaclandine eine riesige Rolle. Und eben auch jetzt bei diesem Prozess, wo Progesteron runtergeht, geht Prostaclandin hoch. Und Prostaclandin führt dazu, dass wichtige kleine Gefäße, die nämlich die Schleimhaut die ganze Zeit mit Nährstoffen versorgt haben, sogenannte Spiralarterien, die stecken in dieser Schleimhaut drin und gehen jetzt zugrunde. Es wird also der Harn abgedreht, der Schleimhaut. Und das Manöver allein tut schon weh. Denn es kommt hier zu einer Blutarmut einer lokalen, einer sogenannten Ichämie. Du kannst dir gerne mal zwei Minuten deinen Finger abklemmen. Das tut auch weh. Machst du lieber nicht, sondern verlass dich einfach drauf, dass so eine Ichämie wahnsinnig weh tut. Das ist der erste Punkt, warum auch die Regel, also die Periode schmerzhaft ist. Wir halten also fest, Leute, die behaupten, das sei immer ein Krankheitswert, wenn es um den biologischen weiblichen Zyklus geht, wenn da Schmerzen irgendwie eine Rolle spielen, spinnen oder haben einfach nicht genug Wissen, um es besser zu vermitteln. Jetzt kommt noch ein zweiter Punkt hinzu, denn dieser Entzug vom Blut für die Schleimhaut zeigt natürlich auch der Gebärmutter, die Schleimhaut brauchen wir jetzt für diesen Zyklus nicht mehr. Was machen wir damit? Raus damit. Also wird diese gesamte Gebärmutter, die ungefähr so 8 mal 4 Zentimeter ist im jungen Alter und nichts anderes ist als ein riesiges Muskelorgan mit querverlaufenden, längsverlaufenden, schrägverlaufenden Muskelfasern, die kann sich also in jede Richtung zusammenziehen, die wird jetzt sagen, raus damit und sich zusammenziehen. Das ist schmerzhaft. Wir haben also die Ischämie und wir haben das Zusammenziehen, das Kontrahieren der Gebärmutter, was einfach zusammen wehtut. Punkt. Nun sind wir alle Individuen und es gibt eine sogenannte Prostaklandin-Überproduktion. Es ist also schon normal, Schmerzen zu haben, aber nur in einem gewissen Ausmaß. Dadurch, dass wir auch alle individuell ein unterschiedliches Schmerzempfinden haben, ist es ja mitunter gar nicht so leicht rauszukriegen, was ist normal und was geht über das Normale hinaus. Und dafür sind wir GynäkologInnen und Gynäkologen eben auch da, das richtig einzuschätzen. Denn Frauen mit einer Prostaklandin-Überproduktion zum Beispiel haben schmerzhafte primäre Dysmenoröen. Es tut einfach Hölle weh und man ist im Privatleben komplett und auch im Berufsleben eingeschränkt. Und es gibt ja auch, wie anfangs beschrieben, die sekundäre Dysmenoröe mit Krankheitsbildern, die da auch eine wichtige Rolle spielen. Solltest du also für dich das Gefühl haben, meine Schmerzen sind heftig, sie schränken mich im Leben ein, ich halte sie nicht für normal, dann gehst du bitte zu deiner GynäkologInnen, deinem Gynäkologen und berichtest das so und lässt dich bitte auch nicht abspeisen von, das gehört halt dazu, das ist so der Lauf der Dinge, sondern man kann auch einfach da sagen, weiß ich alles, würde gern trotzdem gucken, gibt dir auch Krankheitsbilder, die über das Normale hinausgehen. Thema Endometriose zum Beispiel. Gibt es hier übrigens auch diverse Videos zu oder auf meinem Instagram-Kanal. So, die Frage kommt natürlich immer und wahrscheinlich auch in diesen Kommentaren, wenn ich jetzt weiß, woran liegt's, kann ich denn da auch was gegen tun? Ja, kannst du. Leute, die im Biochemieunterricht aufgepasst haben, wissen ganz genau, ah, Prostaklandine, Arachidonsäure, das kann ich doch mit nichtsteroidalen Antiflogistika behandeln, also Ibuprofen nehmen. Das ginge. Man möchte jetzt aber vielleicht auch erstmal ohne Chemie auskommen, ohne Medikamente auskommen und da gibt es auch natürlich Hausmittelchen, allen voran Wärme. Wärme, Muskulatur, das tut irgendwie immer gut, auch der Gebärmutter. Wärme kann wirklich der Game Changer sein. Ich zeige euch hier mal eine Tabelle, wo Leute untersucht haben, was so alles helfen kann. Von Magnesium über Vitamin B1, TENS, also Elektrostimulation, Akupunktur, Kontrazeptiva, also die Pille oder auch eben diese NSID. Das sind ja Ibuprofen und andere Medikamente, die auch schmerzlindernd wirken können. Und wie man so sieht, klar, die Kontrazeptiva, die wirken natürlich sehr gut, das Ibuprofen wirkt sehr gut, aber man muss es eben auch erstmal versuchen mit Wärme. Wärme, zum Beispiel auch Magnesium an den akuten Tagen. Die Dosierung ist studientechnisch noch nicht so ganz klar. Mit 400 Milligramm macht man erstmal nichts falsch am Tag, denn da ist man noch weit weg von einer sehr hohen Dosierung und man kann erstmal gucken, ob es vielleicht gut funktioniert. TENS kann man probieren. Das sind alles Dinge, die man probieren kann, ohne jetzt direkt zu der hormonellen Verhütung oder auch der Pille zu greifen oder auch sich Ibuprofen vier Tage hintereinander rein zu pfeifen. Also es gibt Möglichkeiten, nicht jede Möglichkeit hilft bei der Frau gut. Man muss sich also selbst so ein bisschen ausprobieren. Wenn ihr wissen wollt, was bei Endometriose zum Beispiel abseits von aller Chemie gut helfen kann, habe ich auf meinem Instagram-Kanal ein eigenes Highlight zugemacht. Sehr beliebtes Highlight mit ganz, ganz vielen Tipps, auch ernährungstechnisch. Und da kann man sich bei einer schlimmen primären Dysmenorrhoe auch einiges abgucken. Zusammenfassend kann man sagen, also der biologische weibliche Zyklus hat keinen Krankheitswert, liebe Menschen, die das behaupten. Auch der Schmerz ist insofern physiologisch, weil medizinisch notwendig und total erklärbar. Aber es gilt eben auch abzugrenzen, was ist für mich noch okay und normal und was geht über das hinaus. Dafür sind wir Gynäkologinnen eben da. Und ganz wichtig für dich jetzt, irgendwo hier unten siehst du einen Abonnieren-Knopf. Und da wäre ich total froh, wenn du den abonnieren würdest, weil das gibt mir das Feedback, dass meine Arbeit hier honoriert wird. In positiver Energie. Und wenn ihr mal bei Instagram vorbeischauen wollt und mich da abonnieren wollt, gibt es auch, wie gesagt, viele, viele Dinge, die rund um das Thema Frauengesundheit konzipiert werden. In dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.